Hi Lars, herzlich willkommen zum Fragen Express. Bist du bereit? Ja. Alles klar. Warum machst du deine Ausbildung bei Gisas? Ja, weil ich eine Ausbildung nach meiner schulischen Laufbahn auf der Realschule gesucht habe. Mit welchem Kollegen würdest du gerne mal tauschen? Keine Ahnung. Okay, du singst Karaoke auf der Weihnachtsfeier. Welches Lied würdest du singen? Sing Halleluja. Was gab es bei dir heute Mittag zu essen? Einen Apfel und Brot. Hast du ein Lieblingsbuch? Nein. Drei Wörter, mit denen du deine Familie beschreiben würdest? Nett, fürsorglich und sehr familiär. Welche YouTube-Kanäle hast du abonniert? Mehrere, aktuell mehr in der FIFA-Szene. Was ist deine Lieblings-App? Instagram. Magst du lieber Regen oder lieber Schnee? Schnee. Und wann regst du dich am meisten auf? Wenn etwas nicht so klappt, wie ich es möchte. Und wann warst du das letzte Mal im Kino? Vor einem halben Jahr. Und was hast du für einen spannenden Film geguckt? Fast ein Film ist der neuesten Teil. Bist du lieber Obst oder Gemüse? Obst. Welche drei Dinge hast du eigentlich immer dabei? Handy, Portemonnaie und Schlüssel. Und wann stehst du normalerweise auf? Sechs Uhr, Viertel nach sechs. Was kommt so auf deine Pizza drauf alles? Aktuell eher eine Salami-Pizza. Was zockst du so für Spiele? FIFA und halt in den Shooter-Bereich rein. Und welchen Jubel hast du, wenn du ein Tor schießt bei FIFA? Standard-Jubel. Und wie cookst du dabei? Ich freue mich natürlich. Danke. Bitte.